Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Food Challenge. Und zwar geht es heute ja einmal um das Thema Käse. Und zwar habe ich mir mal überlegt, wie es so schmeckt, wenn man einen Käsekuchen in Kombination mit Käsecreme isst. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese Creme aus dem Kino, wo man die Nachos eindippt. Und ja, das wollen wir einfach mal probieren. Ich habe mich als Kind immer gefragt, warum es Käsekuchen heißt, wenn er überhaupt nicht nach Käse schmeckt. Und ja, das wollen wir hier mal ändern. Ja, ich habe jetzt einfach mal eine beliebige Käsekreme genommen. Ihr könnt ja die nehmen, die ihr mögt. Oder die es gerade im Angebot gibt. Geil, oder? Ich habe sowas auch noch nie, also ich kenne sowas nur aus dem Kino. Ja, aber das riecht schon mal richtig geil. Ich habe jetzt hier gar keinen Löffel, um die so zu probieren. Aber ich werde jetzt hier einfach mal den Käsekuchen eintauchen. Ja. Ein Käsekuchen mit einer Nacho Cheese Cream. Und dann wollen wir doch mal probieren. Also klar, der Käsekuchen an sich. Exquisa Cheese Cake übrigens. Ähm. Der schmeckt ja so schon richtig geil. Hm. Und mit dieser Käsekreme. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, äh. Äh. Ob das mehr süß oder mehr deftig schmeckt. Es schmeckt auf jeden Fall nicht scheiße. Ja, so dass ich jetzt sagen kann, äh, Igitt, das geht gar nicht. Nein, gar nicht mal. Es ist eine richtig schöne, geile, äh, Käsekreme, ja, wo man auch Pringles oder sonstige Chips mitessen kann. Und ich glaube echt, äh, dass wirklich alles schmeckt mit dieser Käsekreme. Also gut, einen Kinderriegel sollte man jetzt hier nicht unbedingt eintauchen. Aber so ein Käsekuchen, ähm, oder Salzstangen, oder, äh, irgendwie Gemüse, Gurtensticks, Karotten, äh, äh, Brezel. Eigentlich geht damit alles. Ja, es ist so eine richtig geile, äh, Käsekreme. Käsekreme mit Käsekuchen, äh, ja, ist jetzt echt nicht die beste Kombination. Wie gesagt, aber schmeckt auch nicht scheiße. Ähm, ja, schmeckt eigentlich ganz, äh, ja, schmeckt eigentlich ganz, ja, ganz lecker. Ist mal eine Abwechslung. Und, äh, man schmeckt schon eher mehr diese, diese Creme hier und dann, ja, da drunter diesen Quarkkuchen. Ähm, ist nicht jedermanns Sache. Aber wie gesagt, äh, ja, mal ein ganz, ganz netter Snack für zwischendurch. Und, äh, habt keine Angst, probiert es auch aus. Ich würde dem Ganzen hier auf einer Skala von 1 bis 10 sogar 7 Punkte geben. Und, äh, ja, ich bin bereit für neue Vorschläge. Schreibt mich an, schreibt es in die Kommentare und dann werden wir sehen. Bis bald!